Und ab für Johann hieß es und ein herzliches Willkommen für Ritz Ström! Oh, Vater, warum machst du meinen Tag? Mir schon genügend Mühe und Platt, die Nacht noch in den Diplomat, doch meistens zeigte sich Briefwad. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gerade ganz anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Herr Staat hat mich beim Schiffbericht, so tue ich meistens selber nicht. Ich stelle Sprechst und niemals ein, ein diplomatisch schweigsam sein. Die Arten häuschen sich bei mir, ich finde es gibt zu viel Papier. Ich tolle der Feder noch selten ein und noch in den Tint hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und in der Nacht, was man so nennt, Erhöhung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich ins Maxim, da bin ich sehr intim, ich dutze alle Damen, nenn sie meinen großen Mann. Lolo, tu, 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 chu, 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 chu. Die lassen mich vergessen, das neue Vaterland. Da wird Champagnisiert und häufig kankaniert, da geht's mit großen Küssen, wie alle diese Süssen. Blut, 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 blut. Die lassen nicht vergessen das Neuer Vaterland. Amen. 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 Amen.